So Freunde, ich hab Freunde, ich werde dich mal einladen. Ich hoffe, ich werde jetzt diesmal nicht gefuckin kickt, ihr dämlichen Sch... Gott, ich wollte mich nicht aufregen. Mein Arzt hat mir jetzt diese... Juppie, heute ist hier so aggressiv, ey, was ist denn los? ...Pillen genommen. ...geben. Hast du viel Angry German geguckt, ja? Ja, Mann. Ne, ich guck meistens Videos mit Qualität. Ach so. Ja, ich auch. Aber man lernt so viele Wörter. Fotze! Holy shit, what the fuck was that? Ey, Meister, gib mal deinen Karre. LOL, ich bin immer noch diese Bitch, ich hab immer noch diesen Charakter, ey. Fährt die mich oben, die dämliche Brünett-Schlampe, alter! The fuck ist die irgendwie... ...hat die irgendwie ewiges Leben, oder was? Ich glaube, ich hab ein Vampir getötet. The fuck, die stehen die einfach da? What the fuck? Die Bitch... Die... Oh, die macht mir Angst. Jetzt ruf dir irgendjemand an. Verdammt, Alter, die Bitch stirbt nicht. Hallo, Fluppy, kannst du mir mal sagen, wo du bist? Guck auf die scheiß Map, Mann. Ja, ich sehe nur Punkte. Jetzt ist die tot, ich hab sie überfahren. Dämliche Schlampe. Oh. 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 Oh, lol! Auf einmal ist es Nacht geworden, was ist das denn? Oh Gott, lass dich doch in den Kopf schießen! Was? Ja, hier läuft so eine Zivilistin rum, also so eine Oma. Omas sind grenzgefährlich da. Oh. Was mach ich hier? Kann es sein, dass es mega laggy ist? Ja, es geht! Ich habe es wieder gemacht! Yes! Oh, sag bloß, das ist Friendly Fire! Oh nein! Das ist Friendly Fire, deswegen kann ich keinen umbringen. Oh nein, doch nicht! What the fuck? Was ist denn jetzt los? Ich... Ich... Oh... Was? Was ist passiert? Ich explodiere sein ganzes Fick-Auto, der steigt aus aus den Trümmern. Ich denke, das Friendly Fire schießt er mir von hinten in den Kopf. Was geht hier eigentlich ab? Alter! 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 Die Polizei ist hinter mir! Ja gut, ich fahre jetzt auf deinen Punkt zu. Oh mein Gott. Okay, die Schlampe ist tot. So, jetzt fahre ich... Scheiße, husten, ekelhaft. Links. Jaaaa! Jaaaa! So, Klopi, pass auf, ich komme jetzt hinter dir. Autsch! Ja, das kann ich nicht umfangen, ist ja klar. Diese Logik! Er ist Logitech! Hahaha! Oh Gott! Ja, steig ein, los! Wir brennen jetzt durch! Warum hab ich keine Tür? Vegas, Baby! Nee, wir brennen durch? Flitterwochen oder was? Hilfe! Ja, Mann! Oh! Ja, die sind... Die haben uns alle keine Geschenke gemacht, deswegen müssen die sterben. Ah! Oh mein Gott! Pass auf! Oh, ich bin so ein Killer-Fahrer! Uuuuuh! Ne, ich... Wir links, warte. Jetzt... Oh, lol. Hahaha! Ey, wir brennen! Wir brennen! Wir brennen! Wir brennen! Und tschüss! Flupi, komm! Wir müssen... Ey, bist du da hochgelaufen? Ja, ich bin die ganze Zeit hochgelaufen, ja. Ich bin jetzt auf dem Haus hochgelaufen. Ja, warte, warte. Hä? Du bist tot, Alter. Na, ich bin oben, ne? Wie bist du da hochgekommen? Mein, das ist der pinke, blinkende... Äh... Äh... Pfeil. Ja, und was drück ich dann? Oh, LB, okay. Geil, ich bin auch hier oben! Wo bist du? Guck nach unten. Oh mein Gott! Ey, die Leute jetzt sollen sehen, was für eine Bitch ich spiele. Warte mal, schaffe ich das hier runter? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wie bist du da runtergekommen? Einfach langsam runtergekommen. Ja, warte, warte. Okay. Oh mein Gott. Yeah. Hi. Hey, wie geht's? Yeah, komm, wir posen ein wenig. Ey, ich bin Spider-Man. Was hast du für ne scheiß Nerd-Brille auf, Alter? Ey, das ist, das ist ne richtig geile Nerdy Gaming Bitch, ja? Ah! Ey, ich bin ne Frau! Hey! Ja, noch ein Grund. Noch ein Grund! Hör auf! Nein! Oh Gott. Wie... Wie... Ah... Du kannst es nicht. Ich weiß nicht, wie ich den zünde. Oh fuck! Oh shit! Mit A natürlich. Ach, das sagst du mir jetzt, ja? War gut, Fluppy. Ja, ich bin auch geendet. Scheiße. Geendet? Verendet? Be... Beendet? Verendet? Beendet, ja. Oh, hier ist ein Polizist. Ah! Er wird angeschossen. Lauf und dein Leben. Ja, ich hab den angeschossen. Ach so. Ja. Meinst du, der hat mich angeguckt, ey? Sei doch nicht immer so... Nein, meine Sicherung! Er fährt weg! Ey, wir müssen überleben. Hast du mich grad... Wir schießen da? Du hast mich grad... Nein, ich hab nicht geschossen. Natürlich hast du mich angesch... Und was. Ey, Fluppy, wirklich. Ich hab keinen einzigen Schuss abgefeuert. Nein, aber du hast mich gehauen, oder was? Achtung, Bulle! Ab ihn. Ey, wir können Bonny und Clyde spielen. Ja, Mann! Ich bin Bonny. Doch! Ich bin Bonny im falschen Körper. Was? Genau! Wir waren in der Nähe, als ein Blitz in so einen Kasten eingeschlagen ist und dann wurden unsere Seelen getauscht. Warte mal, an welcher Film war andere das? Oh, ich weiß, was du meinst. Mir fällt da auch nicht ein. Was war denn? Was war denn das im Film? Das ist ein richtiger, trashiger 90er Film. Ach, hier mit Mel Gibson, wo er... Ne, ne, das ist ja was anderes. Er weiß ja ja, was Frauen wissen. Ne, mit Mel Gibson ist was Frauen... Denk mal irgendwie sowas. Du kennst den Film auch noch! Ey, jeder kennt den Film! Ich fand den eigentlich lustig. Ich fand den auch lustig, ja. Ja, aber gut, dass du mich auslachst, weil ich den kenne. Du bist doch vollkommen richtig, ja. Das ergibt keinen Sinn. So, wir haben da so ein paar Feinde. Ja, ja, gut, dass du nicht fahren kannst, das sehe ich ein. Das Ding ist scheiße. Ach ja, und wenn ihr nicht schwimmen kannst, dann gibt's auf der Rade oder so, ne? Was, wenn ich nicht was? Wenn du nicht schwimmen kannst, liegt's auch an der Badehose, ne? Absolut, ich hab nie eine an. Ah, okay, gut, so FKK-geher, ja? Ja, aber im Schwimmbad. Oh Gott, die haben Leute! Ja, deswegen bin ich nie lange da, ja. Ach so, du wirst direkt gebannt, ja? Ja, das sind alle Neidestein, das können sie... Auf den Esel geschnürt und dann zack! Was? Verbannung! Geronimo! Loil. Ey, Helikopter! Ich wusste, dass der hier ist. Ey, wie männlich sie da sitzt, breitbeinig, ne? So ne Hure. Gib dir das mal. Voll, ja. Ja, jedenfalls. Warum machst du das? Warum? Kann ich, äh, den Platz wechseln? Ne, aber du kannst aussteigen. Guck mal, was ist denn ne fucking Punktlandung ist, Alter? Warte mal, ich überlebe doch bestimmt. Der explodiert ja nicht. Nee, so. Siehste, ich hab überlebt. Oh Gott! Sie hat Periode. Guppi! Siehst du mich? Ich bin hier... Hier. Aua! Die Bullen schießen auf mich. Ach da, ich seh dich! Ja, ich seh dich. Wohl! Ja, pass auf! Achtung! Na, ich wusste es! Oh mein Gott! Wie ist das denn explodiert? Was ist da oben passiert? Na, ich bin dead armen! Achtung! Dann geht's! Keine Dank però! Gott 하겠습니다! ent och 3 Entspannungen sind sie mit barnen. Vielen Dank.